Ich weiß nicht mehr mehr, ich weiß nicht mehr was. Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ähm... In der glitzernden Welt Hollywoods zählt Sandra Bullock zu den strahlendsten Stars und hat ein Vermächtnis aus Talent, Charme und unbestreitbarem Charisma geschaffen. Sie wird für ihre filmischen Triumphe gefeiert und steht wie ein Leuchtturm für künstlerische Brillanz. Doch hinter der glamourösen Fassade von Auszeichnungen und Kassenschlagern verbirgt sich eine Geschichte voller Wendungen, Triumphe und Irrungen. Heute nehmen wir sie mit auf eine Reise durch die facettenreiche Welt von Sandra Bullock und tauchen tief in die Höhen und Tiefen ein, die sie mit Bravour gemeistert hat und in das Leben, das sie fernab des Rampenlichts geführt hat. Die frühen Tage eine Fülle von Kultur und Talent. Sandra Bullock wurde im Sommer 1964 geboren und kaum jemand ahnte damals, welch immenses Talent in diesem kleinen Wesen steckte. Das dazu bestimmt war, Hollywoods strahlendes Juwel zu werden. Sandras Herkunft war geprägt von einem bunten Mix verschiedener Kulturen. Ihr Vater, der für die Militärpost zuständig war, brachte die strenge Disziplin und das patriotische Wesen mit, die man erwarten würde. Ihre Mutter hingegen, eine Opernsängerin und Gesangslehrerin, prägte die Welt der jungen Sandra mit germanischer Kultur, Leidenschaft für die Kunst und einer unvergleichlichen Arbeitsmoral. Diese Mischung aus amerikanischer Entschlossenheit und europäischem künstlerischen Temperament bildete die Grundlage für ihre vielseitige Karriere. Dank ihrer Fähigkeit, fließend Deutsch zu sprechen, beschränkte sich ihr sprachliches Repertoire nicht nur auf englische Dialoge. Diese Fähigkeit verdankte sie dem Einfluss ihrer Mutter. Das kleine Mädchen mit den funkelnden Augen und dem neugierigen Verstand wurde im Herzen Amerikas geboren und beantragte später die deutsche Staatsbürgerschaft, um ihre bikulturellen Wurzeln zu vereinen. Wenn man an eine typische Kindheit denkt, kommen einem vielleicht Bilder von Spielplätzen, Zeichentrickfilmen und Süßigkeiten in den Sinn, aber für Sandra Bullock waren ihre prägenden Jahre gespickt mit Ballettschuhen, Gesangsübungen und der magischen Welt der Oper. Anstelle von Schlafliedern ist sie vielleicht zu den Klängen von Wagner oder Beethoven eingeschlafen. Dank des Berufs ihrer Mutter ist es nicht verwunderlich, dass die Künste schon früh einen besonderen Platz in ihrem Herzen gefunden haben. In der Highschool tauchte die junge Sandra Bullock immer tiefer in die Welt der Darbietung ein und in den belebten Fluren voller Teenager-Dramen fand sie ihre Leidenschaft auf der Bühne. Der Geruch von Schminke und das Gebrüll des Publikums waren nur allzu verlockend. Durch ihr Engagement in zahlreichen Theaterproduktionen verfeinerte sie nicht nur ihre schauspielerischen Fähigkeiten, sondern entwickelte auch eine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, die sie später durch die Höhen und Tiefen Hollywoods begleiten sollte. Während dieser prägenden Jahre kreuzten sich ihre Wege mit denen von Sanford Meisner. Unter seiner Anleitung nahm das rohe Talent in ihr Gestalt an und bereitete sie auf die wilde Welt von Hollywood vor. Auch wenn sie ihr Debüt in einem Fernsehfilm gab, war ihr Weg bis dahin alles andere als gewöhnlich. Das Universum hatte jedoch größere Pläne für sie und 1994 sollte das Jahr werden, das alles verändern sollte. Mit der Rolle der Annie Porter in dem Blockbuster Speed gewann Sandra nicht nur Auszeichnungen, sondern festigte auch ihren Platz in Hollywood. Das temperamentvolle junge Mädchen aus Washington, das inmitten deutscher Wiegenlieder und amerikanischer Träume aufgewachsen war, hat es endlich zu etwas gebracht. Wie bei jeder Geschichte ist es wichtig zu verstehen, wo alles beginnt. Ihre frühen Tage, reiche an unterschiedlichen Kulturen und voller künstlerischer Erfahrungen, haben zweifellos eine entscheidende Rolle bei der Form und der Frau gespielt, die wir heute bewundern. Wenn Sie also das nächste Mal einen Sandra Bullock Film sehen, sollten Sie sich daran erinnern, dass hinter dieser fesselnden Darbietungen eine Kindheit voller deutscher Opern, amerikanischer Disziplin und einer unsterblichen Liebe für die Künste steht. Der Weg vom Theater zum Blockbuster. Hinter jedem strahlenden Stern am Hollywood-Himmel verbirgt sich eine Geschichte, ein einzigartiger Werdegang, der sie von der Anonymität zur weltweiten Anerkennung führt. Für Sandra Bullock war dieser Weg gesäumt von Vorsprechen, Rollen, Ablehnungen und schließlich Triumphen. Erinnern Sie sich an die junge Bullock, die auf der Bühne ihrer Highschool erste Schritte unternahm? Nun, diese ersten Ausflüge in die Welt des Theaters waren entscheidend. Sie haben in ihr den Samen der Leidenschaft, der Disziplin und des unerbittlichen Strebens nach Spitzenleistungen gepflanzt. Wie jeder angehende Schauspieler bestätigen wird, ist Leidenschaft zwar wichtig, aber nicht immer ausreichend. Die reale Welt der Schauspielerei ist anspruchsvoll und verlangt oft, dass man sich durch ein Labyrinth von Herausforderungen navigiert. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Korridore der Schauspielschulen und die pulsierende Theatergemeinde ihr angeborenes Talent erkannten. Ihre Hingabe wurde deutlich, als sie sich unter der Anleitung des renommierten Schauspieltrainers in die Meistertechnik vertiefte und diese Grundlage bildete die Basis für ihre filmische Reise. Mit Bionic Showdown, einem Fernsehfilm, hatte Sandra einen Vorgeschmack auf die Leinwand bekommen, wenn auch nur einen kleinen. Für Sandra Bullock sollte es eine Reihe von Rollen geben, von denen jede sie einen Schritt näher an die große Liga heranbrachte. Und dann schlug das Schicksal 1994 zu. Der rasante Thriller Speed kam in die Kinos und mit ihm katapultierte sich Sandra Bullock in die Riege der Hollywood-Elite. Ihre Darstellung der Annie Porter an der Seite von Keanu Reeves war nicht nur ein Beispiel für ihr Können, sondern auch für ihre Fähigkeit, sich in ein Star-Ensemble zu behaupten. Neben dem großen Erfolg des Films an den Kinokassen wurde Sandra Bullock bei den 21. Saturn Awards unter anderem als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Der Aufstieg des Stars Sandra Bullock hatte eindeutig begonnen. Von da an gab es keinen Blick mehr zurück. Der Erfolg hat sie jedoch nie selbstzufrieden gemacht. Stattdessen war jede Rolle, die sie annahm, eine Leinwand, die mit Hingabe bemalt wurde. Ihre Vielseitigkeit zeigte sich in den verschiedenen Genre, die sie verkörperte, von Liebeskomödien wie Während du schliefst bis hin zu intensiven Dramen wie Blind Side, für den sie einen begehrten Oscar erhielt. Eine Anerkennung, von der jeder Schauspieler träumt, die aber nur wenige erreichen. Trotz all ihrer filmischen Brillanz war ihr Weg von Herausforderungen geprägt. Die Welt von Hollywood mit ihrem Glanz und Glamour verbirgt oft den intensiven Wettbewerb und Druck. Und obwohl ihre Erfolge stets im Rampenlicht standen, gab es auch Rollen, die ihr nicht zugeteilt wurden und Filme, die nicht den erwarteten Erfolg brachten. Doch wie es sich für Sandra Bullock gehört, nahm sie diese Herausforderungen an und nutzte sie als Sprungbrett und nicht als Stolpersteine. Es ist faszinierend, wie sich das Universum zugunsten derer verschwört, die zu träumen wagen. Und im Laufe der Jahre wurde sie zum Synonym für filmische Brillanz. Jede Rolle, die sie spielte, zeugte von ihrer Hingabe und ihrer Fähigkeit, in die Haut einer Figur zu schlüpfen und das Publikum zum Lachen, zum Weinen und vor allem zum Mitfühlen zu bringen. Wenn sie über ihren eigenen Weg nachdenkt, ist es offensichtlich, dass ihr Aufstieg nicht nur zufällig war. Es war eine Mischung aus Talent, harter Arbeit und einer unendlichen Leidenschaft für das Handwerk. Von den Theaterbühnen ihrer Schule bis hin zu den großen Hollywood-Blockbustern war ihre Reise nichts weniger als filmisch. Romantische Abenteuer, eine Achterbahn der Emotionen. In der reichen Geschichte Hollywoods finden sich neben den Geschichten von Erfolg und Ruhm auch Erzählungen über persönliche Bestrebungen und das Privatleben hinter den Kulissen. Für Sandra Bullock, eine Frau von unermesslichem Talent und Anmut, wurde ihre romantische Reise zu einer Demonstration ihrer Tiefe sowohl als Künstlerin als auch als Mensch. Für die Welt schien ihre Beziehung zu Jesse James, dem berühmten Motorradbauer, wie eine Geschichte direkt aus einem Drehbuch. Als die beiden, die aus scheinbar gegensätzlichen Welten stammten, zusammenkamen, musste die daraus resultierende Liebesgeschichte einfach fesselnd sein. Alles begann mit einem Weihnachtsgeschenk. Nicht gerade der typische Beginn einer Romanze, aber andererseits war auch nichts an Sandras Reise typisch. Es war Liebe auf den ersten Blick, so erzählt man sich. Sandra hatte arrangiert, dass ihr Patenkind Jesse kennenlernt und in diesem zufälligen Moment prallten ihre Welten aufeinander. Die Chemie stimmte auf Anhieb und bevor die Welt es merkte, waren die beiden unzertrennlich. Auf Motorradtouren, bei Veranstaltungen auf dem roten Teppich und an ruhigen Abenden zu Hause erblühte ihre Liebesgeschichte und eroberte die Herzen und die Fantasie von Fans und Medien gleichermaßen. Doch wie bei jeder Achterbahnfahrt hatte auch ihre Beziehung ihre Höhen und Tiefen. Eine der herzzerreißendsten Episoden war Jesses sorgerecht Streit mit seiner Ex-Frau. Der Gerichtssaal wurde zu einem quälenden Schlachtfeld, auf dem die Emotionen hochkochten und persönliche Geschichten aufgedeckt wurden. Sandra stand dabei fest an Jesses Seite und zeigte eine Belastbarkeit und Hingabe, die weit über ein rein romantisches Engagement hinausging. Es war ein Kampf, den sie schließlich gewannen, allerdings zu einem hohen emotionalen Preis. Gerade als es schien, als sei der Sturm vorüber, zogen erneut Wolken auf. Im Jahre 2010 erschütterte eine Enthüllung die Unterhaltungsbranche. Es wurden Vorwürfe der Untreue gegen Jesses laut und mehrere Frauen behaupteten, Affären mit ihm gehabt zu haben. Für eine so private Person wie Sandra Bullock war diese öffentliche Demütigung und der Herzschmerz eine bittere Pille, die es zu schlucken galt. Während die Welt mit angehaltenem Atem auf ihre Reaktion wartete, zeigte sie die Stärke und Anmut, die sie auszeichnete. Obwohl sie am Boden zerstört war, weigerte sie sich, sich brechen zu lassen. Jesses öffentliche Entschuldigung, so aufrichtig sie auch war, konnte die Kluft, die zwischen ihnen entstanden war, nicht überwinden. Sandra, die immer ihr eigenes Wohlbefinden und ihren seelischen Frieden in den Vordergrund stellte, traf die schmerzhafte Entscheidung, die Scheidung einzureichen. Im Jahre 2010 wurde ihre Ehe offiziell mit der Begründung unüberbrückbare Differenzen beendet. Doch dies war nicht nur das Ende einer Beziehung, sondern auch eine Zeit der Veränderung für Sandra. Als sie sich aus der Asche einer zerbrochenen Ehe erhob, bewies sie eine Widerstandsfähigkeit, die viele inspirierte. Sie ließ ihren Schmerz, ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse in ihre Arbeit einfließen und lieferte in dieser Zeit einige ihrer denkwürdigsten Auftritte ab. Die Liebe, so schön sie auch sein mag, kann manchmal tiefgreifenden Schmerz mit sich bringen und für Sandra Bullock war ihre Beziehung zu Jessie James ein Sinnbild für diesen Zwiespalt. Doch inmitten von Herzschmerz und Tränen leuchtete ihr Geist. Anstatt zuzulassen, dass ihre persönlichen Herausforderungen ihr berufliches Leben überschatten, nutzte sie diese als Katalysator und trieb sich selbst zu größeren Leistungen an. Rückblickend betrachtet war die Liebesgeschichte von Sandra und Jessie zwar nicht das märchenhafte Ende, das sich viele erhofft hatten, aber es war ein Kapitel in ihrem Leben, das sie geformt und geprägt hat und sie letztlich zu der Kraft gemacht hat, die sie heute ist. Die Liebe, so sagt man, ist der größte Lehrmeister und für Sandra Bullock haben die Lektionen, auch wenn sie manchmal schmerzhaft waren, zu ihrem Weg beigetragen und sie nicht nur zu einer großen Künstlerin, sondern auch zu einem Leuchtturm der Stärke und Inspiration gemacht. Magnet für die Besessenen. Stalker-Geschichten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. In der schillernden Welt von Hollywood, in der Träume fliegen und jeden Tag Stars geboren werden, lauert eine dunkle Seite. Der Ruhm mit all seinem Glanz und seiner Anziehungskraft zieht manchmal die unerwünschten Blicke der Besessenen an. Sandra Bullock wurde leider zur Zielscheibe dieser beunruhigenden Aufmerksamkeit und ihre Erfahrungen werfen einen Schatten auf die scheinbar bezaubernde Welt des Daseins. Der Name Thomas James Weldon mag niemandem ein Begriff sein, aber bei Sandra weckt eine Reihe von erschütternden Erinnerungen. In den frühen 2000er Jahren nahm der Mann eine unerbittliche Verfolgung auf und verfolgte sie quer durch die Staaten, wobei seine Besessenheit keine Grenzen kannte. Stellen Sie sich vor, Sie leben mit dem ständigen Gefühl, beobachtet zu werden. Jeder Schritt wird von einer drohenden Präsenz überschattet. Das ist der Stoff, aus dem Horrorfilme sind, aber für sie war es ein Drama aus dem wirklichen Leben. Sie ergriff den Rechtsweg und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen den Stalker. Man sollte meinen, dass eine gerichtliche Verfügung ausreichen würde, um ein solches Verhalten zu unterbinden. Aber wie die Geschichte gezeigt hat, lassen sich Besessenheiten nicht so leicht unterdrücken. Nachdem die einstweilige Verfügung abgelaufen war und Thomas aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen wurde, suchte er sie erneut auf, wobei seine Besessenheit unvermindert anhielt. Es ist ein leuchtendes Beispiel für Sandras innere Stärke und Unverwüstlichkeit, dass sie diese Tortur mit Anmut überstand und sich nicht entmutigen ließ. Aber wie das alte Sprichwort sagt, schlug der Blitz leider zweimal ein. Einige Jahre später ereignete sich ein weiteres schreckliches Ereignis direkt vor ihrer Haustür. Diana Valentine ist ein Name, der Sandra Bullock sehr vertraut ist. Sie war mehrmals vor Sandras Haus gefunden worden, wo sie vor ihrem Garagentor lag und an einem Nachmittag hatte sie sogar versucht, Sandra Bullock und Jesse James mit ihrem Fahrzeug zu überfahren. Obwohl Diana Valentine auf nicht schuldig plädierte, was die Anklagepunkte Stalking und schwere Körperverletzungen betraf, stufte das Gericht ihre Handlungen als gefährlich ein und verurteilte sie zu einer Bewährungsstrafe. Gerade als es so aussah, als lege diese Tortur hinter ihr, ereignete sich erneut eine Tragödie. James Corbett, eine weitere Person, die in das Netz der Besessenheit verstrickt war, war in Sandras Haus eingebrochen. Seine Taten waren zwar an sich schon erschreckend, nahmen aber eine noch dunklere Wendung, als er, nachdem er sich nicht schuldig bekannt hatte, Selbstmord beging. Die Schwere einer solchen Tat und die extremen Emotionen, die damit verbunden waren, unterstrichen den starken Druck und die Gefahren, denen sich Prominente abseits des Blitzlichts der Kamera oft ausgesetzt sehen. Es fällt der Welt leicht, den Glanz und Glamour Hollywoods zu betrachten und den luxuriösen Lebensstil und die Bewunderung zu bewundern, die den Stars zuteil wird, aber hinter der Fassade verwirkt sich oft eine düstere Realität. Sandras Erfahrungen mit Stalkern machen die Gefahren des Ruhms deutlich. Den Preis, den man manchmal dafür zahlt, im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Es ist eine Erinnerung daran, dass Prominente, trotz ihrer überlebensgroßen Persönlichkeiten, Menschen sind, die den gleichen Ängsten und Bedrohungen ausgesetzt sind, wie jeder andere auch. Was in diesen schwierigen Zeiten hervorstach, war Sandras Geist. Anstatt der Angst zu erliegen, ging sie gestärkt daraus hervor. Ihre Entschlossenheit war unerschütterlich und ihre Erfahrungen dienten als Lektion nicht nur für Prominente, sondern für jeden. Sie unterstreichen, wie wichtig die persönliche Sicherheit ist, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein und vor allem sich gegen Bedrohungen zu wehren, ganz gleich, wie beängstigend sie auch erscheinen mögen. Zum Abschluss dieses dunklen Kapitels ihres Lebens kommt man nicht umhin, über die Zwiespaltigkeit des Ruhms nachzudenken. Während die Welt den Erfolg, die Auszeichnungen und die Bewunderung sieht, die sich hinter ihren Herausforderungen, Ängsten und sehr realen Bedrohungen verbergen, ist Sandra Bullocks Geschichte ein Beispiel für die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung für alle, die mit Widrigkeiten konfrontiert sind. Und erinnert jeden daran, dass man mit Mut und Entschlossenheit immer als Sieger hervorgehen kann, egal wie schwierig die Situation auch sein mag. Am Rande des Todes. Wundersame Rettung vor schlimmen Unfällen. Das Leben in seinem unvorhersehbaren Rhythmus wirft uns oft einen Curveball zu. Manchmal handelt es sich dabei um Glücksmomente. Manchmal aber auch um Momente, in denen die Fasern des eigenen Wesens auf die Probe gestellt werden. Für Sandra Bullock, eine Frau, die sowohl die Höhen als auch Tiefen des Lebens mit unvergleichlicher Armut gemeistert hat, waren einige dieser Momente erschreckend nah am Tod. Jedes Mal überlebte sie nicht nur unbeschadet, sondern auch mit neuer Lebensfreude und erinnerte alle an die zerbrechliche Schönheit der Existenz. Während eines Fluges im Jahre 2000 hatten Sandra und ihre Crew mit einer Routine-Landung gerechnet, wie sie für einen Weltstar fast selbstverständlich ist. Aber das Schicksal hatte wie so oft andere Pläne. Durch eine Kombination aus Pilotenfehler und schlechtem Wetter war das Flugzeug nicht korrekt gelandet. Und in der Folge war das Flugzeug ein Wrack. Das Fahrwerk lag unheimliche 113 Meter dahinter. Eine Szene wie aus einem Thriller, möchte man meinen. Doch es war keine Fiktion. Es war die erschreckende Realität, mit der Sandra und ihre Crew konfrontiert waren. Wie durch ein Wunder kam Sandra trotz der drohenden Katastrophe ohne einen Kratzer davon. Ein lebendiges Zeugnis für den unvorhersehbaren Tanz zwischen Leben und Tod. Das Universum war dennoch noch nicht fertig damit, ihren Mut zu testen. Ein paar Jahre später befand sich Sandra erneut in einer lebensbedrohlichen Situation. Diesmal waren es nicht die unendlichen Weiten des Himmels, sondern die vertrauten Straßen, die eine Bedrohung darstellten. Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Jesse James waren sie durch die Straßen gefahren und hatten die Welt da draußen nur noch verschwommen wahrgenommen. Als ein betrunkener Autofahrer, der die Kontrolle verloren hatte, frontal mit ihrem Fahrzeug zusammenstieß. Die schiere Wucht eines solchen Zusammenstoßes hinterlässt oft eine Spur der Verwüstung. Sowohl in Bezug auf Leben, als auch auf Eigentum. Doch alle Widrigkeiten zum Trotz kommen Sandra und Jesse unverletzt aus dem Wrack heraus. Es ist erstaunlich, wie man dem Tod nicht nur einmal, sondern gleich zweimal ins Auge sehen kann und dabei nicht einmal den Schatten einer Narbe hinterlässt. Solche Erlebnisse sind nicht nur eine Erinnerung an ihr unglaubliches Glück, sondern geben auch einen tieferen Einblick in ihre Persönlichkeit. Nach jedem Unfall zog sie sich nicht in eine Hülle aus Angst zurück, sondern stellte sich dem Leben, ohne sich entmutigen zu lassen, mit unverminderter Leidenschaft für ihr Handwerk und unverminderter Liebe für ihre Lieben. Wenn man über diese erschütternden Ereignisse nachdenkt, ist man gezwungen, über das empfindliche Gleichgewicht des Lebens nachzudenken. Wie versöhnt man sich mit dem Gedanken an die Sterblichkeit, vor allem, wenn man ihr direkt ins Auge geblickt hat? Für Sandra Bullock scheinen diese Erlebnisse eine tiefere Wertschätzung für die flüchtigen Momente des Lebens geweckt und sie daran erinnert zu haben, jede Sekunde zu schätzen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Als Fans und Bewunderer sehen wir Prominente oft als unbesiegbare Persönlichkeiten, deren Leben scheinbar perfekt und frei von Herausforderungen der realen Welt ist. Aber Sandra Bullocks nahe Begegnungen mit dem Tod zerstören diese Illusion und unterstreichen die Tatsache, dass kein noch so großer Ruhm oder Erfolg einen vor der Unberechenbarkeit des Lebens schützen kann. Es sind nicht nur die Unfälle selbst, sondern auch ihre Reaktion darauf, die sie wirklich inspiriert. Ihre Unverwüstlichkeit und ihre Fähigkeit, sich der Angst zu stellen und gestärkt daraus hervorzugehen, sind ein Leuchtfeuer der Hoffnung für alle und eine Erinnerung daran, dass das Leben mit all seinen Unwägbarkeiten lebenswert ist. Eine zögerliche digitale Diva Der Instagram-Angstfaktor In der digitalen Welt gibt es eine bemerkenswerte Abwesenheit, nämlich von Sandra Bullock. Wie kommt es, dass eines der bekanntesten Gesichter der Welt beschlossen hat, sich vom Boden zu entfernen? Für viele ist Instagram die ideale Plattform, um sich täglich inspirieren zu lassen, zu lachen, Neuigkeiten zu erfahren oder einfach nur die Zeit totzuschlagen. Doch für Prominente ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bietet es einen ungefilterten Kanal, um Fans zu erreichen, neue Projekte vorzustellen oder sich für eine Sache einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Fenster, das sobald es geöffnet ist, sowohl Liebe als auch leider eine gehörige Portion Hass herein lässt. Sandra Bullock hat mit ihrer glanzvollen Karriere und ihrer weltweiten Anziehungskraft sicherlich unzählige Momente, die es wert sind, geteilt zu werden. Seien es Einblicke hinter die Kulissen ihrer Filmsets, ehrliche Momente aus ihrem Leben oder sogar ihre Meinung zu globalen Themen. Und doch bleibt ihr Stuhl am Instagram-Tisch auffallend leer. In einem offenen Interview verriet sie, dass sie einfach zu viel Angst vor der Plattform habe. Aber was könnte jemanden, der sich im Leben schon viel größeren Ängsten gestellt und sie überwunden hat, ein solches Gefühl einflößen? Nun, die Antwort liegt vielleicht in der Natur der Erfahrung selbst. Von sehr persönlichen Herausforderungen bis hin zu beunruhigenden Begegnungen mit Stalkern, ihr Leben hat trotz vieler Höhen auch seine Tiefen gehabt. Und während die Liebe der Fans zweifelsohne überwältigend ist, kann die Anonymität der Plattform manchmal Negativität, Kritik und sogar ungerechtfertigte Einmischung hervorrufen. Wir sollten uns alle daran erinnern, dass nicht nur die Kommentare, sondern auch die unaufgeforderten Nachrichten, Urteile und manchmal Memes ihren Tribut fordern können. Für jemanden, der Privatsphäre und geistige Frieden schätzt, ist es verständlich, dass die Welt von Instagram eher abschreckend als verlockend wirkt. Außerdem könnte ihre Abwesenheit von den sozialen Medien mehr sein, als nur die Vermeidung von potenzieller Negativität. Es könnte eine bewusste Entscheidung sein, um die Mystik zu bewahren, die eine globale Ikone umgibt. Indem sie nicht jeden Moment ihres Lebens mitteilt, erlaubt sie ihren Filmen und Auftritten, die wichtigste Schnittstelle zu ihrem Publikum zu bleiben. In gewisser Weise ist dies eine Rückbesinnung auf die goldene Ära Hollywoods, in der Stars ikonische Figuren blieben und ihr Leben eine Leinwand war, die die Fans mit ihrer eigenen Fantasie ausmalen konnten. Obwohl Sandra Bullocks Entscheidung, sich von Instagram fernzuhalten, sowohl persönlich als auch vielleicht strategisch ist, eröffnet sie doch eine breitere Diskussion. Welchen Wert messen wir in einer Zeit des Oversharing, in der jedes Essen, jeder Urlaub und jeder Gedanke öffentlich zugänglich ist, der Privatsphäre bei? Ist das Fehlen einer digitalen Plattform gleichbedeutend damit, etwas zu verpassen, oder ist es eine bewusste Handlung, um den eigenen geistigen Raum zu bewahren? In der Welt der Hollywoodstars strahlt nur weniges so hell und beständig wie Sandra Bullock. Für viele ist sie eine vielseitige Schauspielerin, die mühelos von komediantischen Rollen zu intensiven dramatischen Darbietungen übergeht und dabei Auszeichnungen und Kassenerfolge einheimst. Doch sie allein über ihre schauspielerischen Leistungen zu definieren, würde nur einen Bruchteil ihres Vermächtnisses erfassen. Denn hinter der Kamera hat sie auch als Produzentin gearbeitet, Geschichten gestaltet und Filmerlebnisse geschaffen, die beim Publikum großen Anklang finden. Es ist leicht, sich an ihre denkwürdigen Rollen zu erinnern, doch zwischen diesen ikonischen Darstellungen finden sich Credits, die ihren Scharfsinn als Produzentin hervorheben. Mit mehr als 15 Werken, die sich über Film und Fernsehen erstrecken, hat sie nicht nur in Filmen mitgespielt, sondern sie auch gestaltet und Geschichten gewoben, die fesseln, begeistern und oft auch erleuchten. Man kann sich fragen, was eine Schauspielerin ihres Formats dazu bewegt, die Welt der Produktion zu erkunden. Die Antwort liegt in ihrem Wunsch nach Kontrolle. Als Produzentin hat sie die Möglichkeit, das Ruder in die Hand zu nehmen, die Geschichte zu lenken und sicherzustellen, dass die Geschichten, an die sie glaubt, die ihnen gebührende Plattformen erhalten. Es ist auch eine Möglichkeit für sie, sich verschiedene Stimmen, neue Perspektiven und gelegentlich unerzählte Geschichten einzusetzen, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben würden. Durch ihre Produktionen hat sie aufstrebenden Talenten vor und hinter der Kamera die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten und so die nächste Generation filmischer Brillanz zu fördern. Wir dürfen jedoch nicht die Bandbreite ihrer Filme vergessen. Von actiongeladenen Frillern bis hin zu herzerwärmenden Dramen, Sandras Gespür als Produzentin zeigt sich in der Vielfalt der Genre, in die sie sich vorgewagt hat. Diese Fähigkeit, zwischen verschiedenen Filmwelten hin und her zu springen, gepaart mit ihrem angeborenen Verständnis für die Vorlieben des Publikums, macht sie zu einer Kraft, mit der man in der Hollywood-Produktionswelt rechnen muss. Neben ihrer Karriere gibt es noch eine andere Dimension von Sandra, die ebenso fesselnd ist, wenn nicht noch mehr. Das ist ihr Leben außerhalb der Leinwand. In der pulsierenden Stadt New Orleans, in Louisiana, genießt sie ein Leben, das sowohl fantastisch als auch scheinbar alltäglich ist. Als Mutter von zwei Adoptivkindern ist ihre Rolle vor der Kamera vielleicht die herausforderndste und lohnendste. Die Stadt, die für ihre reiche Geschichte, Musik und Kultur bekannt ist, bietet Sandra eine Atempause vom unerbittlichen Tempo Hollywoods und erlaubt ihr, die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Vielen Dank für Ihr Interesse an meinen Videos. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar mit der Nummer 1 unter diesem Video. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, zu liken und zu teilen. Freuen Sie sich zukünftig auf weitere interessante Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.